Witten Studios Powered by Source Portal Story Smell Ja, und damit herzlich willkommen zum dritten Let's Play der Portal Reihe Das inoffizielle Portal 3 Und ich muss erstmal was leiser machen, aber So ist es schon besser Ja, so ist es fein Ja, wir spielen heute Portal Story Smell So Was ich jetzt aber leider schon mal sagen muss Es wird diesmal so keine Story geben, ja, Street saufen und so weiter Ich hab keine Ahnung, worum es diesmal mit Portal Story Smell geht Ich weiß nur, inoffizielles Portal 3 Gemacht von Modern Es ist kostenlos, solange man Portal 2 hat Kann man sich über den Steam Store downloaden Also wer Portal 2 hat und noch eine Portal Geschichte erleben möchte Haut rein Es ist kostenlos, solange ihr Portal 2 habt So, wie gesagt Es ist jetzt rausgekommen während meines Teneriffa Praktikums Und ich hab versucht, mich so gut wie gar nicht spoilern zu lassen Ich stand schon einmal kurz davor, es zu zocken Während meines Teneriffa Praktikums Aber Schlusslicherweise hat es nicht geklappt Und ich hab nur am Anfang etwas mitbekommen Das Spiel englischsprachlich ist Lässt sich auch nicht anders einstellen Aber Es gibt deutsche Untertitel Ich würde sagen, ich hab keinen Bock weiter zu labern Jetzt wird gezockt Teil 1 1952 Starten Okay Das kommt irgendwie bekannt vor Ich weiß, was das ist Das ist alte Aperture Science Hier mit Cave Johnson das Aber das sieht auch nicht so verw... Ja, okay, das ist 1952 Natürlich ist es noch nicht so zerstört und so verwittert Ich bin echt mal gespannt, was das Spiel so hergibt Es muss... Ganz ehrlich Ich bin richtig heiß drauf Es soll so ein bisschen die Hintergrundgeschichte Hinterportel erzählen Also wirklich, was vorher war Mit Cave Johnson und so Das hab ich gelesen Ich bin echt mal gespannt, was es so raushauen wird Entschuldigung Das kam ein bisschen schnell Na, warum läst du nicht? Hallo? Hallo? Ich bin aber noch ein... Ah Oh, 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 oh Das sieht echt geil aus Ja, das ist eindeutig das alte Aperture Science Ja, auf jeden Fall 1947 Ist das eine 2 oder eine 7? Ich glaube, es ist eine 7 Ist das Aperture Science 1947 gegründet? Okay Oh, man Oh, man Portal Stories Mel Teil 1 1952 Is das ein bisschen Ah, okay Ahem, ahem. So what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... Uh, wait. Where are we again? Huh? Okay, so. This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the trade arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Okay. Ich will jetzt nicht wissen, was das für ein komischer Lack am Anfang war, aber... Aber ich bin ganz ehrlich, das Stück, was ich in Tantarefa gezockt habe, das ist jetzt komplett anders. Da war ich irgendwie schon so mittendrin. Ich muss sagen, das sieht echt geil bisher aus. All right, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. All right, that's just a bit of a... How do you spell Station? Okay. Think about that for a second. Okay. Ah! Also, den alten Portal-Humor hat es immer noch. Muss man sagen. Ähm. Ah. Ja, wie wir mitbekommen haben, Cave Johnson ist auch wieder schön dabei. Ich würde hoffen, dass das jetzt auch so vor der Schrift so ganz gut ist. Ja, ich muss sagen, bisher gefällt es mir schon so von der Story. Okay, ist ja dann nicht so wirklich viel, aber mir gefällt es schon. Oh, ich freue mich, was auch alles kommen wird. Ladebildschirm, 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 Tralala, Ladebildschirm, Schalalala, Ja, wir warten auf den Ladebildschirm, Schalalala, Ladebildschirm, Wann bist du endlich fertig? Und das ist der Beweis, ich kann immer noch nichts singen. Und wieso singe ich dann überhaupt weiter, wenn ich das selbst weiß? Oh, Mannu. Ich glaube, es hat es Mufft jetzt. Ja. Watch your step on the way out and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. And including death by exposure to cosmic rays fallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry, make that 3 minutes. Is ja geil. Uh, F-Jagoda. F-Jagoda, Repulsion Soda. Speedy Sarsapilla. Caffeinated Decaf. Caffeinated Decaf. Caffeinated Decaf? Zitroniumsoda? Uh, ja. Okay. Hallo. Achso, der schläft. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Achso, hier. Das war so ein ganz anderes Portal-Gefühl, man ist nicht mehr so verlassen wie sonst immer. Wow. Wir haben hier wirklich ein Haus gemacht? Äh, ein Haus, sag ich... Die haben hier wirklich ihre eigene Stadt aufgebaut, unter Salzminen. Und hier ist es dieses wundervolle Schild von eben. Ja, es war eine 7. Episode of Science Innovators. Es, ähm... Ich glaube steht für Estimating. Ähm, Estimating Minecraft 47. Und jetzt kommt natürlich von mir noch ein Flugzeug vorbei. Wupp. Gehen wir nochmal ins Hauptgebäude. Obwohl, ich will mir eigentlich hier noch ein bisschen umschauen. Sieht hier so cool aus. Es ist mal was komplett anderes. Ja, ja, komm, hier. Mann, ich will sich um... Mann, oh. Genau. Mein Drang auf. Hh however. Die Tür aus dem Aufzug ist hier rechtern. Das habe ich gesagt. WELCOME TEST SOBJECTS Please turn in with the web-ceptionist before proceeding to the launch Ummm Local in Teepria by Southmine Ah I have to know what the war here was to Olympians Moment, ich muss diesen So Da kommt natürlich wieder schön aus von meinem Drucker, dass ich abdecken soll Oh, ich habe wieder Lust auf der App-Shop oder Ah Hier sieht man auch die Mitarbeiter So ein bisschen starr, aber Ja, wo kann man hier lesen Ich habe gerade gedacht diese Zeitschrift hier wäre von einem gewissen Politiker aus dem aus Deutschland, aber dann habe ich genau hingeschaut Okay, ist ja geil Hier, schaut mal Fifty Shades of Cave Ist ja mal genial, diese Einspielung So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here Give the test subjects a great view of the place But no, the zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators So When someone in a wheelchair threatened the suit My former boys chicken out of me and built this elevator to go to our temporary offices I'm still working on those stairs And those guys are working on getting new jobs Ach ja, die guten alten Aufzüge gibt es auch wieder Ähm Okay Och ich bin so heiß auf dieses Spiel Das ist unglaublich Oh Mir geht gerade wie so ein richtig schöner Gamer Moment auf Ach Ich bin glücklich Ach so, der fett ist jetzt runter Äh, gibt mir ja nicht Hier in Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more That's why we're taking on this new project When the bean counters told me not to buy a salt mine to all this science The first thing they said was No, there's too much space You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air Well Thanks to some use of the old calculated between the airs and a generous helping of the you're fired stamp I came up with a final solution to that If you can't anchor something in thin air Why bother trying to make it in the air in the first place I came up with this Okay, also Kev Johnson 3 immer bescheuert Wow Wow All right All right Let's take at least 10 of these bad boys Per shaft Nine shafts Ninety tests We can test whatever we want to And beat that other company into the ground Black mason Those guys kiss my Oh 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 Okay Also ich bin ganz ehrlich geflasht, dass jetzt einmal erklärt wird, was diese Sphären sind Wahnsinn Also ich bin echt Ich bin baff Also mir teilweise schon an einigen stellen bin ich es gerade wenig am richtigen, aber Es ist einfach nur darin, dass ich echt so stark beeindruckt bin Oh Ich würde sagen diese mod community Die mod community, die das ja erstellt haben Respekt. Wissenscheinchen. Wahnsinnig geil ausgedrückt. Man stellt das vor wie ein kleines Kind. Wer hat Lulu gemacht? Wer hat Wissenschaft gemacht? Ähm, ja. Alter, dieser Aufzug ist aber verdammt lange. Also ich muss sagen, es sind verdammt viele Leibildschirme, aber ich glaube, damit kann man leben. Also das wird auch zwischendurch, also wir sind zwar natürlich wirklich zum direkten Spielspaß gekommen, also sind auch gar kein Rätsel aufgetaubt, haben auch irgendwie gar keine Portalgun. Also, wenn du hier in der Zeitstelle, dann bist du in der Aperture Science Innovator's kurzfristig für ein langes Rätsel, und dann bist du fertig. Das ist das, warum wir hierher gekommen sind. Du bist wahrscheinlich ein Walking Zombie. Das wird uns die besten Resultate. Aber nur remember, nicht zu lange, das ist nicht Bett und Breakfast. Und wenn du dich jetzt nicht zu bleiben, dann ich trug dir für den nächsten Jahr. Wir haben ein Bett bereit für dich. Also folgen die Testen Area-Signen und gehen zu Bett. Nichts, die Turritte, sie sind Fire in Blank. At least das ist was Crazy Harry, zu mir. Hier hatte ich einen Teneriffa gestattet. Direkt da hinten. Oh, hier auch mit einem See. Ist ja... Äh, was? Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier so schnell reingeht. Okay, da habe ich mir das Geld bewiesen. Ja, ja, ja. Oh. 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 Also, das sieht ja hier echt schon episch aus. Und ich kann es ehrlich sagen. Ähm. Ja? Ja, das sieht gut aus. Oh. 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 Ah. Ah, stimmt, der hat er selber, dass er damals hier Duschvorhänger verkauft hat. Aber was uns hinter dieser Tür erwartet, würde ich sagen, erwartet euch im nächsten Part von Portal Stories Mail. Bis dahin. Tschüss.